Du kannst moderieren. Du kannst singen. Mach mal. Macht eine tolle Mischung. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wir hatten das jetzt anders verabredet, aber es ist bald soweit. Wir treffen uns zum Schlager Olymp am 11. August. Ella ist mit dabei. Sie singt. Auf jeden Fall. Ich werde moderieren, freue mich tierisch drauf. Und wir wollten natürlich noch mal darauf hinweisen, es gibt noch Karten, stimmt's? Ja, genau. Also jetzt quasi anrufen, bestellen, vorbestellen. Anrufen war woanders. Das war bei RTL. Verzeihung. Das Kennwort mega nennen. Nein. Nein. Sondern ihr müsst einfach nur eins tun. Geht einfach auf die Seite vom Schlager Olymp. www.schlagerolim.de Das hätte sie mir auch sagen können. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. So wird das Video auf jeden Fall unterhaltsamer für alle, die hier zuschauen, für alle Fans. Natürlich sind nicht nur wir beide da, sondern unter anderem Ross Anthony, Beatrice Egli, Jake Hahn, Frank Zander, Feuerherz, Bernhard Brink, Maria Foskania und, und, und. Viele tolle Stars. Ja. Und ich bin total gespannt, ob wir vielleicht von Ella musikalisch etwas hören. Meinst du bis dahin? Ja, unbedingt. Also bis dahin gibt es eine neue Single. An der arbeite ich schon. Die wird wahrscheinlich April, Mai rauskommen. Und die ist natürlich im Gepäck und so viele verschiedene andere Songs, die die Leute kennen. Versprochen küsst mich, halt mich mit dem Repertoire. Ja, klar. Oh, da freue ich mich drauf. Und ihr natürlich auch. Deswegen schnell noch Tickets sichern für Berlin am 11. August. Und natürlich für Eisernach am 30. Juni. Wir sagen Tschüss und bis dahin. Tschüss.